Hier sind wir jetzt eine Schuhkabine, 4441, für zwei Bett innen. Da hat man ein Doppelbett. Super schön. Auch einen großen Fernseher. Hier ist der Fernseher. Und hier, die Toiletten sind bei allen gleich. Überall, schön Platz. Und die Duschen sind richtig groß. Da kann man auch zur zweiten und zur zweiten Duschen. Die sind richtig schön. Duschgehen ist immer vorhanden. Haarwasch und alles. Superschön.